Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin. Mit einem neuen Odin regt sich auf, kann man sagen. Eigentlich ist es, ich reg mich eigentlich nicht mehr wirklich auf. Ich finde es einfach nur lächerlich. Wie ihr seht hier, wir gucken uns jetzt mal zusammen ein Video an. Und zwar den Bericht von Frontal21 zum E-Dampfen, beziehungsweise den Liquids. Und ich wollte eigentlich gar kein Video zu so einem bescheuerten Bericht machen, der hinten und vorne eigentlich so wie gar nicht stimmt. Aber da ich dann in der Stadt auch danach angesprochen wurde, was ich mir mit meiner E-Zigarette denn für fiese und böse Stoffe in meine Lunge pfeife. Ja, weil Dampfen, das ist schädlich. Ja, habe ich gedacht, so ein Schwachsinn. Klar ist es nicht so gesund wie gar nicht Dampfen oder gar nicht Rauchen. Wollen wir ja nicht darüber diskutieren, aber darum geht es auch gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, musst du doch ein Video machen, weil ihr habt ja einige, die jetzt überlegen, Dampfer zu werden, um vom Rauchen wegzukommen. Oder einige, die jetzt schon Dampfer sind seit kurzer Zeit und jetzt durch dieses Video natürlich total verunsichert sind. Ja, was tue ich mir da an? Sollte ich doch lieber aufhören und versuchen, so aufzuhören zu rochen? Oder scheiße, ich roche lieber wieder, weil das ist ja doch giftig und Krebs erursacht. Ja, und da habe ich gedacht, scheiße, ja, da musst du jetzt doch mal ein Video machen. Und wir werden uns das Video jetzt hier angucken. Ich werde ab und zu pausieren und meinen Senf dazugeben. Am Anfang hier seht ihr jetzt schon, diese hier, das ist, glaube ich, Julia oder wie sie heißt, keine Ahnung, hier sitzt ihre komische Freundin. Und da muss ich sagen, merkt euch mal genau, wie sie hier sitzen. Guckt euch das genau an. Das ist später noch sehr wichtig. Und wir fangen jetzt einfach mal an, würdig sagen. Dampfen statt Qualmen. Jasmin von Ehren greift seit einiger Zeit zur elektronischen Zigarette. Sie will sich das Tabakrauchen abgewöhnen, genau wie ihre Freundin. Jasmin von Ehren greift seit kurzem zur elektronischen Zigarette. Sie will sich das Tabakrauchen abgewöhnen, genau wie ihre Freundin. Der Satz wird später noch sehr entscheidend werden. Gehe ich später drauf ein. Aber merkt euch diesen Satz mal bitte ganz genau. Es schmeckt mir und man stinkt nicht so danach. Es schmeckt mir und man stinkt nicht so danach. Die Aussage kann ich unterstützen. Die stimmt wirklich. Das schmeckt. Je nachdem, was man für ein Liquid hat, schmeckt es. Und wenn man sich natürlich ein Liquid holt, was nicht sein persönlicher Geschmacksliebling ist, was ihm nicht schmeckt, dann schmeckt es nicht. In anderem schmeckt es aber gut. Und dass man nicht so stinkt. Ja, das stimmt hundertprozentig. Ich stinke nicht mehr. Die Wohnung stinkt nicht mehr. Und ist definitiv wahr. Ja, das kann ich definitiv sagen. Es gibt so viele verschiedene Geschmäcker. Melone, Haselnuss. Haselnuss ist sehr lecker. Dann gibt es Erdbeere, Banane, Cola. Es gibt alles eigentlich. Alles. Ja, auch diese Aussage ist richtig. Es gibt wirklich extrem viele Geschmacksrichtungen. Da ist für jeden was mit bei. Und dass es lecker ist, ja, stimmt auch. Das ist, was man sich wünscht. Bei der E-Zigarette wird kein Tabak verbrannt. Stattdessen verdampft eine aromatisierte Flüssigkeit durch eine batteriebetriebene Heizspirale. Auch diese Aussage ist komplett richtig. Bei einer Zigarette wird das angezündet und wird angezündet verbrannt. Da zieht man sich Nikotin mit rein. Man zieht sich sämtliche Giftstoffe mit rein. Äh, 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 wie jetzt zum Beispiel Kohlenmonoxid. Und hast du nicht gesehen. Die ganzen schädlichen Sachen. Krebs verursachen. Was ist das alles? Das stimmt alles. Will man ja nicht abstreiten. Ist nun mal bei einer Zigarette so. Und bei einer E-Zigarette haben wir praktisch so einen Heizwendel. So eine Spirale ist das meist. Und dann ist da Watte durch. Und die Watte zieht das Liquid drin. Wird durch dieses Heißwerden vom Heizwendel verdampft. Also atmen wir nur Dampf ein. Es wird verdampft. Auch diese Aussage ist wirklich zutreffend. Die E-Zigarette ist was. Ja, das hat einfach cool erscheint so. Weil es ist doch irgendwie Rauchen, aber irgendwie auch nicht. Hat ein cooles Erscheinen ist wie Rauchen, aber irgendwie auch nicht. Ein cooles Erscheinen sei dahingestellt. Also ich glaub's nicht. Also die wollen jetzt mit aller Macht. Deswegen haben die auch halt hier diese Jugendlichen dahin gesetzt. Die haben auch vor Monaten schon in Dampferforen haben die Jugendliche gesucht, die vom Dampfen zum Rauchen gekommen sind. Mal so als kleine Anmerkung. Haben sie aber wohl nicht gefunden. Und deswegen fabrizieren die hier so einen Scheiß. Ich kann nur von meiner Warte aus jetzt reden. Also in meiner Kleinstadt hier. Ich wohne in einer Kleinstadt. Hier ist das Dampfen überhaupt noch nicht verbreitet. Wenn ich da mit meiner E-Zigarette durch die Stadt laufe, weil ich dampfe ja auch unterwegs, ja. Ich werde schon komisch angeguckt. Das ist nicht irgendwie, oh der cool, der dampft. Oh, der macht. Ja, das ist Trendsetter. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, die meisten gucken dann und sehen, wie ich denn dampfe hier. Und gucken, was macht denn der da. Aber einige denken auch, das sind Drogen. Ja, ich dampfe Drogen. Das wird gleichgestellt wie mit einer Bon. Keine Ahnung. Da kann man schon mal sehen, wie verblendet manche sind. Aber okay. Sei da hingestellt. Also ich kann das nicht als cool hinstellen oder so. Das ist halt dampfen. Also das ist jetzt für mich jetzt nicht irgendwie was cooles. Oder ein Trend, den man verfolgen muss. Weil, oh, die Jugendlichen müssen dampfen. Wird ja so hingestellt. Oh. Überhaupt nicht. Ist Rauchen, aber irgendwie nicht Rauchen. Ja, würde ich schon. Die Aussage unterstütze ich eigentlich schon. Man zieht anders an der E-Zigarette als beim Rauchen. Man zieht sich aber auch. Hier Dampf beim Rauchen Qualm in die Lunge. Ist, ja, so in etwa kann man das vergleichen. Also nicht vom Schädlichen her, sondern was man tut. Weil das zieht man sich in die Lunge. Die E-Zigarette hat viele Fans. Allein zwei Millionen in Deutschland. Solche Werbespots sollen vor allem junge Konsumenten ansprechen. Die E-Zigarette als cooles Trendprodukt. Die E-Zigarette als cooles Trendprodukt. Ja, der Werbespot, der ist schon auch was älter. Der ist vor zwei Jahren oder anderthalb oder einem Jahr, wurde der ja mal ausgestrahlt. Von Red Kiwi ist der gemacht worden. Ist ja einer der größten deutschen Hersteller. Ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, lass mal so dahingestellt. Aber, ja, da wurde auch halt viel Jungepublikum genommen oder Jugendliche genommen, um das als cool hinzustellen irgendwie. Ja, aber, ja, muss jeder selber wissen. Also, gucken wir uns mal weiter an. Wie der deutsche Marktführer Red Kiwi preisen sie als harmlose Alternative zum normalen Rauchen. Preisen sie als harmlose Alternative zum Rauchen. Na, das werden wir mal gucken, ob Red Kiwi das wirklich macht. Bei einer Tabakzigarette verbrenne ich etwas. Und bei dieser Verbrennung entstehen zahlreiche gesundheitsschädliche und auch krebserregende Stoffe, die ich eben in einer E-Zigarette in einem weitaus geringeren Maße habe. Also, für mich wird da jetzt nichts verharmlost oder so. Da wird nur Fakten auf den Tisch gepackt, dass bei einer Zigarette halt geraucht wird und bei einer E-Zigarette verdampft wird und dass wir halt weniger Giftstoffe haben als in einer Zigarette. Also, für mich wird da nichts jetzt, also, ich kann mich da auch irren, also, um Gottes Willen, aber für mich wirkt das jetzt nicht irgendwie verharmlosend oder dass es nicht schädlich ist oder was weiß ich. Die sagen nur, dass es weniger schädlich als Rauchen ist. Und das ist ja die Tatsache. Das ist ja nun mal das. Deswegen sind wir ja vom Rauchen zum Danken gekommen, weil es weniger schädlich ist und weil wir von diesen Scheißzigaretten weg wollen. So, jetzt ist hier wichtig, ich habe das Interview, also das Video, was ihr seht, direkt von der ZDF-Seite. Passt mal bitte auf. Doch genau vor diesem Vergleich warnen Experten wie Pötschke Langer. Warnen Experten wie Pötschke Langer. Hört euch das nochmal an. Doch genau vor diesem Vergleich warnen Experten wie Pötschke Langer vom... Merkt ihr, da ist ein Tonfall. Der passt nicht ganz zusammen. Da kann ich euch auch ganz genau erklären, warum. Weil im Originalinterview, was im Fernseh ausgestrahlt wurde, wurde die mit dem falschen Namen hier erwähnt. Die wurde mit Monika Pötschke Langer, glaube ich, erwähnt. Ich habe hier auch einen Link. Und, nee, ja, Monika, genau. Und die heißen wirklich Frau Dr. Martina Pötschke Langer. Und im Video wurde gesagt, Monika, das haben sie hier weggeschnitten, auf dem, was man jetzt so auf der Webseite noch findet. So mal, als kleiner Tipp. So toll haben sie sich informiert. Selbst die angeblichen Experten werden falsch benannt. Deutschen Krebsforschungszentrum. Vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Hört euch das nochmal genau an, dass ich da auch nichts falsch sage. Vor diesem Vergleich warnen Experten wie Pötschke Langer vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Das ist an sich schon eine Lüge in sich. Vom Deutschen Krebsforschungsinstitut. Das ist sowas von gelogen. Das kann ich euch auch beweisen. Ah, die ist jetzt überscheuert. Hier, seit 2002, da steht es, Leiterin des WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle. Also die ist nicht beim Deutschen Krebszentrum. Die ist bei der WHO. Bei der Weltgesundheitsorganisation. Ja? Die ist nicht. Ist sie nicht. Die ist WHO und nicht Krebsforschung. Und ich habe dann nochmal was für euch. Hier zum Beispiel auch WHO-Tabak hier unten. Die Links packe ich euch alle hinten drin. Und hier steht auch die Adresse in Heidelberg. Das ist auch die Adresse vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Steht hier auch um drauf. DKFZ. Hier, Deutsches Krebsforschungszentrum. Aber die ist da nur, weil die WHO da unter diesem, also in diesem Gebäude mit ist. Soweit ich jetzt hier googelt habe. Ist die da mit drin. Aber die hat mit dem Krebsforschung überhaupt nichts zu tun. Die ist keine Forscherin oder irgendwas. Die ist nur von der WHO. Und dann habe ich noch einen Link. So. Und hier, blablabla, 1997, wo steht denn die Scheiße jetzt? Hier. Im Jahre 2002 erhielt, blablabla, Krebsprävention die Anerkennung als WHO-Kollaboration für Tabakkontrolle. Die haben von der WHO, also das Deutsche Krebszentrum, hat von der WHO nur die Anerkennung gekriegt. Ja? Die sind zwei verschiedene Sachen. Und weil sie diese Anerkennung haben, sitzt die WHO da halt mit drin. Hat aber an sich mit der Krebsforschung überhaupt nichts zu tun. So. Also nicht Krebsforschung, sondern WHO ist die. WHO. Ist wichtig. Okay. Gucken wir mal weiter. Wenn das Gefährlichste zum Maßstab wird, wirke alles andere weniger bedenklich. Wenn das Gefährlichste zum Maßstab wird, wird alles andere weniger bedenklich. Die Aussage ist an sich richtig. Wenn ich jetzt Dampfen vergleichen würde, wenn ich im Vergleich, wenn ich in Fukushima an den Schrottteilen, an den verstrahlten Schrottteilen lecken würde, ist Dampfen natürlich nicht so schädlich, wie wenn ich da an diesen Schrottteilen dampfe. Aber das ist mir logisch. Aber wie kann man denn, wenn man das Gefährlichste als, verstehe ich nicht. Die sollen doch gefährlichst auch die E-Zigarette mit der Zigarette vergleichen. Ich habe jetzt keine Zigarette, müsst ihr euch vorstellen. Mit der Zigarette vergleichen. Dafür ist es dort da. Und nicht mit radioaktivem Abfall oder wie es ist irgendwas zu vergleichen. Also so ein Schwachsinn. Unschädlich seien E-Zigaretten deshalb aber noch längst nicht. Unschädlich sind E-Zigaretten deshalb noch längst nicht. Das hat doch keiner behauptet, dass sie unschädlich sind. Sie sind aber nicht so schädlich wie eine Zigarette. So ein Schwachsinn jetzt. Das ist nicht harmlos. Die E-Zigarette ist gesundheitlich bedenklich. Jetzt müsst ihr aufpassen, was sie sagt. Sie sagt nie irgendwas direkt Negatives. Sie umschreibt es immer, umschippt es immer. Sie sagt nicht, die verursacht Zigaretten. Die ist gesundheitlich bedenklich. Könnt ihr euch ja nochmal angucken. Bedenklich. Sie enthält ein... Das ist nicht harmlos. Die E-Zigarette ist gesundheitlich bedenklich. Sie ist gesundheitlich bedenklich. Sie ist nicht schädlich. Sie ist bedenklich. Und so zieht sich das über das ganze Interview hinfort, dass sie das immer so umschippt. Weil sie natürlich Schiss hat, wenn sie das Falsche sagt, kriegt sie ihn auf den Deckel, weil so geht es ja auch nicht. Also das ist immer nur umschippen. So Halbwahrheiten. Sie enthält ein Chemikaliengemisch, das hier tief, zumeist sehr, sehr tief inhaliert. Entschuldigung. Aber es reicht nicht zu sagen, das wird tief inhaliert. Sehr tief inhaliert. Nein. Manche inhalieren es sehr, sehr tief. Also ich bin jetzt... Ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von der Lunge. Aber ich kann nur eine Art von inhalieren. Ich kann nicht tief, sehr, sehr tief oder sehr, sehr tief inhalieren. Ich inhaliere. Also ich weiß nicht. Also ob ich so mache und inhaliere oder ob ich länger ziehe und so mache. Es ist beides inhalieren. Also es ist nicht tief, sehr tief und sehr, sehr tief. Es gibt nur inhalieren. Also da wollen Sie jetzt richtig drauf aufmerksam machen. Oh, das ist so gefährlich. Weil manche atmen das nicht nur ein. Nein, die atmen das sehr, sehr tief ein. Oh, Mensch. Und damit den ganzen Pontialtakt reizt. Und wenn Dauerreize gesetzt werden, ist es eine Gesundheitsgefährdung für den Menschen. Wenn Dauerreize sind, dass es eine Gesundheitsgefährdung ist, ja, gebe ich zu. Ja, aber ich merke da nicht, dass da gereizt wird. Bei der Zigarette wurde meine Lunge und mein ganzer Rachenraum und alle viel mehr gereizt als vom Dampfen. Ja, das ist doch so ein Schwachsinn, was die da erzählt. Das ist doch nicht. Dauerreizen. Bei der Zigarette war meine Lunge Dauerreiz. In der Zigarette sind Sachen drin, die den ganzen Atemwegs alle betäuben, dass man überhaupt rauchen kann. Sonst würde man sich tot husten. Warnungen, die Hersteller und Verkäufer ignorieren. Warnungen, die Händler und Hersteller ignorieren. Ja, Warnungen jetzt von ihr oder was? Na, ist sie denn hier gottgleich gestellt und warnt alle und die müssen dann, oh, Frau Petschke-Langer, oh, Frau Petschke-Langer. Das wussten wir nicht, Frau Petschke-Langer. Das tut uns so leid. Wir hören sofort auf, damit so was herzustellen. Das tut uns so leid. Das wussten wir nicht, Frau Petschke-Langer. Verzeihen Sie uns. Das ist so ein Schwachsinn. Die chinesische Firma Dekang ist weltweit Marktführer bei den Liquids, den aromatisierten Flüssigkeiten, die verdampft werden. Also Dekang habe ich noch nicht hier hoch. Ich habe hier eins von Dekang, habe ich jetzt hier kriegt die Tage, habe ich mir in Spanien mitbestellt, weil ich es mal testen wollte. Aber kann ich noch nichts zu sagen. Aber für mich ist hier jetzt, ja, die stellen halt Liquids her und sind halt die größte Firma. Das ist so okay. Kann man so, ja, bis jetzt hier mal wieder ein bisschen Wahrheit. In ihrer Werbung wird die E-Zigarette wie ein Gesundheitsprodukt angepriesen. Die Aromastoffe werden als gesund, rein und sehr pflanzlich gelobt. Angeblich ein Geschenk der Natur. Doch Kritiker halten In der Werbung wirkt es als gesund und wenn ich das schon höre, der Werbespot, wenn ihr den gesehen habt, der ist nicht anders als eine Bierwerbung, wo sie auch drauf aufmerksam machen, dass sie natürliche Produkte drin haben. Also für mich ist das nicht verwerflich. Natürlich sind da natürliche Produkte drin, aber ich weiß nicht, was die da, oh, jetzt interpretieren sie da so drin. Das ist so rein, wird das verkauft, das wird rein Natur, rein Natur und das ist nicht Natur. Äh, weiß ich nicht. Sie, selbst wenn sie natürlich sind, keineswegs für ungefährlich, schon gar nicht für gesund. Denn anders als bei Lebensmitteln werden die Aromen nicht über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen, sondern inhaliert. Die werden inhaliert, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Jetzt wollen sie wieder aufs Inhalieren raus und dass da was drin ist. Mensch, ich habe hier Asthma-Spray, was ich jetzt momentan auch eigentlich ja nicht mehr brauche, weil es mir besser hier durchdampfen, äh, das wird auch inhaliert. Und da ist wie es, ich werde alle drinne und da wird nicht aufgeregt. Das heißt, die Aromastoffe treffen dann unmittelbar auf die Zellen der Bronchien und des Lungengewebes und reizen dieses permanent bei jedem Kontakt, sodass dann auf dem Boden von einer solchen Reizung auch eine Entzündung entstehen kann und eine Krebsentwicklung ist, hier nicht auszuschließen. Hier wieder eine Halbwahl, also hier wieder umschippen. Eine Krebsverursachende kann man nicht ausschließen. Sie hat nicht gesagt, das verursacht Krebs. Sie hat gesagt, kann man nicht ausschließen. So eine bescheuerte Kuh, ey. Oh, ja, klar ziehen wir uns das in die Lunge, weil wir wollen ja weg vom Rauchen. Also müssen wir ja inhalieren, also müssen wir ja dampfen. Und das, klar, hier das in die Lunge, aber ich merke nicht, dass da irgendwas gereizt wird. Und ich kenne Dampfer, die mehrere Jahre dampfen. Der Agrokolb, der Heinz Thor. Und keiner hat irgendwelche Reizungen in der Lunge, dass er, wiss ich, dass er husten muss oder dass Krebs verursacht wird oder was wiss ich. Nee, ganz im Gegenteil. Alle, die ich kenne, die dampfen oder angefangen haben mit Dampfen, alle berichten, die können besser atmen. Die können freier atmen. Die Lunge tut nicht mehr so weh, wie von, wo sie noch geraucht haben. Äh, der Druck auf die Lunge ist weg. das ist, äh, nee. Tom Stöber lässt sich von solchen Gesundheitsgefahren nicht beeindrucken. Der 58-Jährige hat 35 Jahre lang Tabakzigaretten geraucht. Hier jetzt mal wirklich Zielpublikum. Ein Raucher, der vom Rauchen zum Dampfen kommt und der auch was älter ist. Er versucht seit 35 Jahren, er raucht seit 35 Jahren. So lange habe ich nur nicht geraucht. Ich habe über 20 geraucht, aber ich habe auch alles versucht, davon wegzukommen. Ich habe es nicht geschafft. Überhaupt nicht geschafft. Vor zwei Jahren hat er sich das mithilfe der E-Zigarette abgewöhnt. Mein Arzt ist begeistert. Der hat gesagt, dass, äh, dass 200 Mal weniger schädlich ist als richtig Zigarettenrauchen. Und wenn ich nicht ganz aufhören kann, dann soll ich das machen. Das wäre ein großer Fortschritt für meine Gesundheit. Das ist doch, ja, so ist es nun mal. Das ist weniger schädlich als eine Zigarette. Und lieber danzen als rauchen, um davon wegzukommen. Das kann ich so unterstützen. Das ist okay, ja. Doch nicht nur die Lunge kann geschädigt werden, sondern auch andere Organe wie der Herzmuskel. Och, jetzt kommen sie da mit. Diese Aromastoffe, davon sind inzwischen über 7000 nachgewiesen, haben unterschiedliche Wirkungen. Unter anderem eben auch krebserregend. Und sie wirken auch auf verschiedene Körperzellen. Die ultrafeinen Partikel, die also direkt in die Blutbahn gehen können und auf verschiedene Organe sich auswirken. Wir nennen das zellzerstörend oder zellgefährlich. Zellzerstörend oder zellgefährlich. Also, wenn ich mir hier so ein Liquid nehme und mir ein Liquid angucke, da ist Prupolen, Glykol, Glycerin, destilliertes Wasser und Aroma drin. Ja, und Aromastoffe, die Aromastoffe, die wir benutzen, die in unseren Liquids drin sind, kommen aus der Lebensmittelindustrie. Die sind in anderen Sachen auch drin. Wenn ihr zu Netto, Aldi oder was weiß ich, wohin geht und Pudding kauft, Joghurt kauft, da sind die gleichen Aromastoffe drin. Um Gottes Willen. Und die sind jetzt auf einmal bei uns so gefährlich, aber in Aldi kann man jeden und sich Pudding kaufen. Ja, also, unverständlich. Den haben sie ausgekramt, die Seite habe ich aus Versehen geschlossen, will ich jetzt auch nicht extra raussuchen, den Vogel. Den haben sie ausgekramt, auch aus so einem Nichtraucher-Ding. Lungenärzte, die halt nicht rauchen, Nichtraucher machen wollen irgendwie, nicht Raucher unterstützen wollen, nicht zu rauchen, mit irgendwelchen Therapien und irgendeinen Schwachsinn, den haben sie auch da irgendwo wieder ausgebuddelt. Die Liquids enthalten aber noch weitere gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe, sogenannte Träger und Vernebelungsmittel wie Glycerin und Propylenglykol. Da kommen wir drauf. Die sind so gefährlich, die haben Propylenglykol und Glycerin drin. Gottes Willen, so was schädlich ist. Ich höre jetzt auf mit Dampfen, das kann ich ja nicht tun. So was bescheuert ist. In meinem Asthmaspray. Ich habe zwei Asthmasprays, die ich brauchte. Einmal früh, was im Kühlschrank ist, Fosta, da brauchte ich früh zwei Hübe, um überhaupt den Tag vernünftig mit Halbwegsluft anfangen zu können. Jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich das ja nicht mehr. Und dann habe ich noch Salbuhexal gehabt, wenn es akut geworden ist. Und die sind alle mit diesen Verneblern. Sonst könnte man doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Und das ist doch. Und da ist es okay, aber in Liquids ist es nicht okay. Okay. Ich lerne etwas dazu, da ist alles was so okay und das ist nicht okay. Okay. Wird mit zweierlei Maß gerechnet. Okay. Stoffe, die im Bühnennebel vorkommen und die Atemwege reizen können. Im Bühnennebel, ja klar, da sind auch so Sachen drin, aber da hast du doch kein Aroma mit bei und da ist es doch viel konzentrierter. Da ist es doch viel konzentrierter als das. Und wir sagen ja auch nicht, dass es komplett unbedenklich ist, das Dampfen. Klar ist es nicht so schön zu dampfen im Gegensatz zum Nichtrauchen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wir wollen doch nicht mit einem Nichtraucher gleichgestellt werden. Wir wollen doch einfach nur, dass es zwischen Dampfen und Rauchen Unterschiede gibt und dass Dampfen weniger schädlich als Rauchen ist. Dass Dampfen nicht so unschädlich ist wie gar nicht Dampfen, das ist doch logisch. Das ist doch logischer Menschenverstand. Außerdem können beim Verdampfen krebserregende Stoffe wie Formaldehyd entstehen. Können, da haben Sie nicht gesagt, es werden krebsverursachende Stoffe erzeugt, nein, es können. Jetzt kommen wir wieder zu den Halbwahrheiten, die Sie reinstreuen. In der Tat ist es so, dass wenn die E-Zigarette zu stark erhitzt wird, dass dann Stoffe frei werden, wie Schwermetalle oder auch krebserzeugende Substanzen, die in der vergleichbaren Konzentration mit Tabakzigaretten vorkommen. In der vergleichbaren Menge wie bei Tabakproduktion. Aha, okay, also da sind wir auf einmal doch gleichgestellt mit Tabak. Okay, ja, was überhaupt nicht so ist. Klar, durch diese Heizwindel, was da ist, das wird ja erhitzt. Wenn man das zu stark erhitzt, könnte so was rein theoretisch passieren, dann könnten sich Schwermetalle ablösen. Rein theoretisch. Rein theoretisch könnte es passieren. Aber ich kenne keinen, der seinen Heizwindel so hoch voltmäßig belastet, dass er da passieren kann. Selbst im Hochvoltdampfen passiert es nicht, weil es halt jeringer belastet wird. Da muss man die wirklich sehr schnell mit richtig Fett bedampfen, mit richtig Fettenergie machen. Das ist nicht die Möglichkeit. Ein Risiko, das auch Liquidhersteller wie Dekang einräumen, aber als Ausnahmen bezeichnet. Die räumen das Risiko ein. Wollen wir mal gucken, ob sie das einräumen. Die nur bei fehlerhafter Herstellung der elektronischen Zigarette auftreten könnten. Das bei fehlerhaften E-Zigaretten ist klar. Wenn sie das falsch machen, wenn sie billig mit Teil nehmen oder irgendwas, dann könnte das aber, die sind alle CE geprüft. Also ich hab, ich weiß nicht. Alle CE geprüft und ohne Worte. Uns gegenüber bezeichnet der Dekang-Chef seine Produkte als völlig unschädlich. völlig unschädlich. Unsere Produkte sind sehr sicher. Wir fügen unseren Liquids keine schädlichen Substanzen bei. Und wir hatten auch noch nie Beschwerden von Konsumenten über irgendwelche körperlichen Schäden. Also es wird schon wieder mal eine volle Lüge, was sie am Anfang sagen. Dekang sagt nicht, dass sie total unschädlich ist. Die sagen nur, dass ihre Liquids sicher sind und dass sie keine schädlichen Sachen drin machen. Eine ganz normale Aussage. Das ist eine ganz normale Aussage, dass hier kein Nervengift oder irgendwelche Scheiß, Nervengift, Nikotin ist ein Nervengift, aber ich meine jetzt hier wie Salzsäure, dass hier keine Salzsäure drin ist. Das ist doch ganz klar, dass da nur natürliche Sachen drin sind und das wird er feststellen. Der sagt auch nicht, dass es jetzt total harmlos ist. Dabei fügen die Hersteller den Liquids auf Nikotin in unterschiedlich hoher Dosierung bei. In Deutschland sind dabei Nikotin in unterschiedlichen Dosen bei. Warte mal, kommt das hier überhaupt? 90 Prozent der verkauften Liquids mit diesem Nervengift, das süchtig macht, versetzt. Mit diesem Nervengift, das süchtig macht. Klar ist Nikotin ein Nervengift. Logisch. Aber jetzt wollen sie es so hinstellen, dass das Liquid, ja, das mag vielleicht Natur sein, aber da ist Nikotin drin. Das ist ein Nervengift, also kann es ja gar nicht unschädlich sein. Nikotin ist auch in einer Zigarette drin, eine Leute, hallo. Und ist uns klar, dass das ein Nervengift ist. Ich habe angefangen mit 18 Milligramm Nikotin, ich bin jetzt bei 3 Milligramm, ja, und deswegen dampfen wir doch, um vom Nikotin wegzukommen oder das Nikotin zu drosseln, ist ja von Dampfer zu Dampfer unterschiedlich, einer will komplett weg, der andere will es halt nur drosseln und der will halt nicht mehr rochen. Und in der Zigarette ist halt auch Nikotin drin, Nervengift. Nikotin, deswegen ist doch hier Nikotin drin, damit wir Nikotin dampfen können, damit wir von der Zigarette wegkommen, wenn hier kein Nikotin drin wäre, dann könnte man dampfen, klar, ja, aber dann würden wir doch nicht von der Zigarette wegkommen, weil wir unserem Körper doch gar kein Nikotin zufügen können, damit der Körper sagt, ist okay, ich habe genug Nikotin, ich brauche keine Zigarette. Also sowas ist unverständlich. Über 30% der 12- bis 17-Jährigen haben die E-Zigaretten bereits ausprobiert. Das ist doch, also, die Zahlen halte ich komplett für die Logen. Die halte ich für komplett die Logen. Ich glaube nicht, dass die Prozentzahl so sind, dass da so viele Jugendliche das getestet haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich hatte, warte mal, wo war das? Scheiße, ich habe den, ich habe gesucht in meinen abgespeicherten Tabs, die ich so hatte und so. Ich habe da mal so einen Bericht, so einen übersetzten Bericht aus Amerika gefunden gehabt und da gehen die von ganz anderen Zahlen aus. Aber ich finde diesen Bericht leider nicht mehr. Unsere größte Befürchtung ist in der Tat, dass sich ein neuer Suchtmarkt entwickelt. Da haben wir doch. Jetzt kommt es endlich mal zur Wahrheit. Sie hat Angst, dass ein neuer Suchtmarkt entsteht. Sie will nicht, dass ein neuer Suchtmarkt entsteht. Weil die WHO will keine Süchte auf der Welt haben. wollen alle Süchte ausrotten. Alkohol, Nikotin, Zerrette, Nikotin, alles weg. Sucht muss weg. Das sind so kleine Gesundheitsfetischisten. Und zwar für die Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ja, ist doch schön, dass sie wollen. können sie ja auch machen, aber das dann gleich zu verteufeln, hallo? Und das heißt doch nicht, wenn man im Laden sieht oder wenn man sich eine E-Zigarette holt, dass man vom E-Zigarette zum Raucher wird. Also ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, wieder zum Rauchen zurückzukehren momentan eigentlich, weil ich dampfe, ich kriege mein Nikotin, bin so weit runter gesetzt, ich will diesen Gestank und diesen ekelhaften Geschmack ja nicht mehr haben. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung fordert eine schnelle gesetzliche Regelung. Die Drogenbeauftragte fordert eine schnelle gesetzliche Lösung. Ja, da geht doch kein Dampfer, wenn man sagt, das ist die E-Zigarette ab 18. Das ist doch logisch. Wir haben nichts dagegen. Wir wollen nur nicht, dass wir verteufelt werden, dass wir die Buhnmänner der Nation sind. Die brauchen das doch einfach nur machen und außerdem in jedem vernünftigen Dampfershop wird kein Liquid Clearamizer, Akkuträger oder sonst was der gleichen an Jugendliche unter 18 Jahre verkauft. Ich kenne keinen, wo unter 18 verkauft wird. Gibt es nicht. Die brauchen doch nur sagen, gut, ab 18 ist okay, schreiben wir in die Setzer Clearamizer, Liquid und Akkuträger darf man erst ab 18 kaufen. Mehr brauchen sie doch ja nicht machen. Aber so viel Mündigkeit haben die Ladenbesitzer ja schon jetzt von sich aus, dass sie nicht an unter 18 Jährigen verkaufen. Also es ist einfach. Die E-Zigarette kann ein Einstiegsprodukt für junge Menschen sein? Kann ein Einstiegsprodukt sein? Nicht ist ein Einstiegsprodukt, es kann. Ja? Ich kann auch Kuchen mit Romaroma essen und kann dadurch zum Alkohol greifen. Kann ich auch. Sie ist im Moment nicht reguliert, das heißt, sie kann jederzeit auch von Kindern, von Jugendlichen gekauft werden. Sie ist nicht reguliert, sie kann von Kindern und Jugendlichen gekauft werden und das streiche ich definitiv nicht so, weil ich kenne keinen, der an Kinder und Jugendliche verkaufen würde. Und sie fällt im Moment auch nicht unter das Nichtraucherschutzgesetz und hier brauchen Ja, unter das Nichtraucherschutzgesetz fällt sie nicht runter, das soll ja sich wohl ändern, dass man dann halt in öffentlichen Räumen, wo Rauchen verboten ist, auch nicht mehr dampfen darf. Wir haben ganz schnell klare Regeln. Regeln? Ja, die brauchen ganz schnell klare Regeln, die hätten sie schon vor drei Jahren einführen können, dass man sagt Pass auf Leute, ihr dürft Akkuträger, Cleomizer, Liquid verkaufen, alle kein Problem, aber nur ab 18. Das ist einfach nur ein Gesetz, dass das, aber dann hätten sie nichts mehr, wenn das wirklich ab 18 alles verkäuflich wäre, dann könnten sie nicht so auf der E-Zigerte rumreiten, dass Kinder und Jugendliche das in die Finger kriegen könnten, wenn sie dieses Gesetz fürs Vorlage schon mal gemacht hätten, langsam, oder, ja, aber da hätten sie nichts mehr, weil es ist eigentlich nur drei, vier Lobbys, warte, vier doch, vier waren es, die da sich arg angepisst fühlen, erst mal die WHO, weil die komplett alle, die haben ja Angst, dass alle, oh, jeder wird zu süchtig und oh, die Bundesregierung, weil wir haben in Deutschland zwei Millionen Dampfer, könnt ihr euch gerne mal ausrechnen, bei zwei Millionen Dampfern, jeder raucht eine Schachtel Zigarette von den zwei Millionen, oder jetzt nicht mehr, was der Bundesregierung da an Steuern verlöten gehen, dann ist ja die Pharmaindustrie, ja, weil Pharmaindustrie ist klar, weil dadurch, ja, weil jeder Raucher versucht in seinem Leben, wie weiß ich, immer im Jahr oder alle paar Jahre mal aufzuhören und versucht es mit Pflastern, mit Kaugummi, mit dem ganzen Schwachsinn, habe ich auch alles durch, ich habe auch die Bio-Zigarette durch, ich habe alles durch, ich habe alles nichts geklappt bei mir und da hätte den natürlich auch Geldflöten und dann sind es die Tabakkonzerne logischerweise, weil wenn man wirklich mit dem Dampfen von der Zigarette wegkommt, ja, dann dampfen ja irgendwann ganz viele und kommen von der Zigarette weg und viele Dampfer hören dann auch auf, wenn sie sagen, ich brauche es nicht mehr, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt bei null, ich könnte eigentlich jetzt auch aufhören, dann können die aufhören, einfach so, ich werde weiter dampfen, alleine wegen dem Schmack, weil es mir Spaß macht und schön finde. Das ist aber jedem selber einige hören dann auf, dampfen nicht mehr, brauchen sie nicht mehr und greifen auch nicht zur Zigarette. Die sind komplett frei, haben keine Sucht mehr, also Nikotinsucht oder Zigarettensucht und da den Tabakkonzernen natürlich auch Geldflöten, also sind die da dann auch mit involviert. ...wie sie für Tabakprodukte gelten, zum Beispiel ein Verkaufsverbot an unter 18-Jährige. Ja, Verkaufsverbot an unter 18-Jährige gibt es nicht, haben sie recht, hätten sie aber vor drei Jahren schon mal einführen können, wie gesagt, wollten sie ja nicht, weil dann würde ja immer was fehlen, um das mal irgendwie noch schönen Seitenhieb zu heben, schönen Seitenhieb, weil bis 2016 muss ja die, muss ja jedes europäische Bundesland, also jedes europäische Land diese europäische Richtlinie da umsetzen. Dazu ein E-Zigarettenverbot in öffentlichen Räumen, was der Branchenverband aber ablehnt. Ich fände es bedauerlich, wenn sie, der Tabakzigarette gleichgesetzt wird, weil sie ist nicht gleichzusetzen. Alle Forschungsergebnisse definitiv, da gebe ich ihm hundertprozentig recht, sie ist nicht mit der Zigarette gleichzusetzen. Definitiv nicht. Ergebnisse, alle aktuellen weisen darauf hin, dass das Schadenspotenzial der E-Zigarette vernachlässigbar ist. Also ist sie nicht teuflisch, sondern ganz im Gegenteil, ein Geschenk an die Raucher. Richtig, da gebe ich ihm hundertprozentig recht. Für mich ist die E-Zigarette ein Sechser im Lotto. Ich habe jahrelang versucht aufzuhören zu rauchen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe versucht weniger zu rauchen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe 800 Zigaretten im Monat geraucht. 800. Dann habe ich angefangen mit Dampfen, um davon etwas runterzukommen und weil ich meiner Tochter das nicht antun wollte, dass ich die ganze Zeit nach Zigarettenqualm stinke. Und die neue Wohnung sollte nicht Raucherwohnung sein, dass es hier nicht stinkt. Und dann kam es ganz automatisch, dass ich weniger geraucht habe. Dann habe ich irgendwie gar nicht mehr geraucht und nur noch gedampft. Und das ist für mich ein Sechser im Lotto. Ich rauche nicht mehr. Ich rieche mehr. Ich schmecke mehr. Ich bin agiler. Mein Asthma ist zurückgegangen. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto. Das hat meine Lebensqualität dermaßen gesteigert. Ob das Geschenk auch langfristig so viel Freude bringt, ist bisher nicht absehbar. Dennoch fehlt es an Langzeitstudien darüber, wie sich die E-Zigarette auf Nutzer und Passivraucher auswirkt. Ja, klar, gibt es keine Langzeitstudie. Und dafür gibt es noch zuerst ein paar Jahre. Da kann es noch keine Langzeitstudie geben wie beim Rauchen. Rauchen gibt es jetzt weiß ich wie viele Jahrzehnte. Ist logisch. Ist ganz logisch. Passiv dampfen Dampfer und wie das da Auswirkungen hat. Wenn wir das hier ausatmen. Das verflüchtigt sich so schnell und das bleibt nicht wirklich was übrig. Da gibt es auch ein ganz einfaches Experiment, was man machen kann, um zu zeigen, beim ausgeatmeten Dampf und bei einer ausgeatmeten Zigarette, wie das einer aussieht und das andere nicht. Das ist im Prinzip eigentlich kann man fast sagen mit Wasserdampf gleichstellbar was wir ausdampfen. Klar sind da Aromastoffe noch drin, dass es noch riecht. Wenn man ausatmet, riecht es immer noch nach Apfel, Kokosnuss, je nachdem was man dampft. Ich werde mal gucken, ob ich dieses Experiment mal die Tage mit euch mache. Vielleicht mache ich nachher noch ein Video und euch das mal . will nicht. Also muss ich erst mal einen Kumpel finden. Ich muss meinen besten Freund fragen, ob der sich mal zur Verfügung stellt, weil ich will keine Zigarette mehr anholen. Im Moment findet ein gigantischer Testversuch am Menschen statt. Und wir wissen nicht, wohin die Fahrt gehen wird. Wir wissen nicht, was mit dieser Generation von Rauchern passiert. Wir wissen nicht, was mit der Generation der Raucher passiert. Jetzt sind sie immer bei der Raucher und nicht bei der Dampfer. Wie sind die denn drauf? Und ja, Experiment, ihr kaltet nicht für ein Experiment. Es gibt genügend richtig gute fachliche Berichte darüber, wie schädlich Rauchen, wie schädlich Dampfen ist und wie Dampfen zum Rauchen steht. Ohne Worte, es ist nicht die Möglichkeit. Jasmin von Ehren hat es nicht. Jetzt kommen wir wieder zu Jasmin von Ehren. Guckt euch mal an. Sie hat sich mit der E-Zigarette das Rauchen von Tabakzigaretten abzugewöhnen. Und ihre Freundin, die bereits acht Monate erfolgreich aufgehört hatte, ist durch die E-Zigarette wieder auf den Tabakgeschmack gekommen. So, jetzt haben wir hier zwei Lügen an sich. Erstmal haben die beiden Weiber die gleichen Klamotten an, wie sie am Anfang an hatten, nach acht Monaten. Ja, nach acht Monaten haben sie das gleiche an. Die Freundin hat auch genau den gleichen Schal und genau die gleiche Brille, die genau gleiche Frisur wie vor acht Monaten und haltet mich für verrückt, aber ich kenne keine Frau, die nach acht Monaten nochmal die gleichen Sachen anhat wie er und vor allen Dingen den Schal genauso gemacht wie davor. Ja, sie ist nach acht Monaten erfolgreichen Nichtrauchen durch das Dampfen wieder zur Zigarette gekommen. Hm. Aber am Anfang vom Interview haben sie doch gesagt, dass sie beide anfangen mit Dampfen, um von der Zigarette weg zu kommen. Aber hier klingt es so, als wenn die erfolgreiche Schaft hat aufzuhören. Sie hat acht Monate überhaupt nicht geraucht und dann hat sie gedampft und ist wieder hinten und vorne nicht entweder haben sie am Anfang gelogen oder am Ende. Wobei sie am Anfang ja nicht gelogen haben, da hat man gesehen, wie sie dampft. Also hat sie ja, wenn denn die Jahres-, also die Monatszahlen stimmen, was ich für eine Riesenlüge halte, also wenn, dann sollen sie es mal ein bisschen besser machen, aber jetzt sieht man ja, dass sie gefaked ist ohne rauchen beide beides. Damit wollen sie jetzt darauf einwirken und gucken, guckt sie euch an. Die sehen genauso aus wie vor acht Monaten und jetzt rauchen sie und dampfen sie. Nicht, dass sie nicht geschafft, jetzt wollen sie gleich doppelt abkassieren. Die haben nicht geschafft, mit Dampfen vom Rauchen wegzukommen. Nein, jetzt rauchen sie und dampfen sie. Zwei schädliche Sachen auf einmal. So hätten sie nur geraucht und hätten nur das oder hätten aufgehört und ohne irgendwas dann hätten sie ja nichts mehr und jetzt dampfen und rauchen so im geckes willen. So und das kann ich euch auch nochmal beweisen. Ich wollte nur gucken, ob jetzt noch was kommt. Hier seht ihr sie praktisch. Sie mit ihrem Adidas Ding. Da hat sie die E-Zigarette. Sie und sie hat auch eine dunkle Hose an. Jetzt gucken wir mal am an. Da hat sie genau den gleichen Schal, genau den gleichen Pullover, genau den gleichen Haarschnitt und die Brille hier oben mit dem Blau. aber grauchen abgewöhnen genau wie ihre Freundin. Ja und hier habt ihr auch ganz deutlich gehört weil die Jasmin da sitzt sie hat auch dieses Adidas Ding an der Reißverschluss ist übrigens genauso weit offen wie am Ende guckt euch das mal an hier ist der Reißverschluss off ja und hier am Ende so da ist genau gleich offen also nach acht Monaten den Reißverschluss exakt genauso oft zu machen wie vor acht Monaten bei dem Interview das ist eine Kunst wenn sie das geschafft haben dann sollen sie mir mal sagen ob sie mit einem Zentimetermaß gemessen haben oder keine Ahnung jedenfalls ist genau das gleiche und man stinkt nicht so danach es gibt so viele verschiedene Geschmäcker Melone Haselnuss Haselnuss ist sehr lecker Erdbeere Banane Cola es gibt alles eigentlich alles was was man sich wünscht bei der E-Zigarette wird kein Tabak verbrannt stattdessen verdampft eine aromatisierte Flüssigkeit durch eine batteriebetriebene Heizspirale die E-Zigarette das hat einfach cool erscheint so weil es ist doch irgendwie Rauch so danach es gibt so viele verschiedene Geschmäcker grauchen abgewöhnen grauchen abgewöhnen zur Elektronik hier haben wir doch hier haben wir jetzt ganz genau jetzt Sie will sich das Tabak rauchen abgewöhnen genau wie ihre Freundin Sie greift zur elektronischen Zigarette sie will sich das Tabak rauchen abgewöhnen genau wie ihre Freundin und ihr habt beide gesehen beide dampfen so und hier hinten so das war das beim Aschenbecher die bereits acht Monate erfolgreich aufgehört hatte ist durch die E-Zigarette wieder auf den Tabak Geschmack gekommen die ist durch die E-Zigarette wieder zum Tabak Geschmack gekommen halte ich für unglaublich also erst mal am Anfang die Lüge jetzt die Lüge also eins davon kann ja nur stimmen und dass ich mit dem Dampf und zum Rauchen komme halte ich für so eine Lüge weil das schmeckt ganz anders zieht sich ganz anders wenn ich jetzt eine Zigarette rauche ich musste vor wo ich boah wie lange nach anderthalb Monaten wo ich gedampft hatte nach anderthalb Monaten musste ich mal wieder eine Zigarette rauchen bei meinen Eltern da ich meine elektronischen Zigaretten zu Hause vergessen habe wo mein Auto kaputt war und ich brauchte das Nikotin und da habe ich von meinem Vater eine Zigarette raucht mir ist schwindelig geworden ich habe mich tot gehustet es hat scheiße geschmeckt ich habe überall gerauchen die ganze Zigaretten gelumpe das ist einfach nur widerlich also ich kann nur aus meiner Erfahrung reden mit der elektronischen Zigarette zum Rauchen wieder zurückzukehren oder weil elektronische Zigaretten zum Rauchen zu kommen ist für mich total unlogisch also das ist weiß ich nicht also ein bisschen besser recherchieren hätte da wohl können mit den Klamotten das ist so was anderes und diese komische Doktoren die ihr da ausgekramt habt also ich habe Frontal 21 echt gerne geguckt früher ich habe es echt gerne geguckt war immer fachlich war immer gut wenn ich das jetzt angucke und ich bin ja ein Betroffener ich bin ja ein Dampfer und sehe was die da lügen da sehe ich die anderen Berichte die sie gebracht haben sehr zwiespaltig da weiß ich nicht wo sie mich da denn noch überall angelogen haben wo ich gedacht habe dass es die Wahrheit ist da versucht jetzt Frontal 21 ein bisschen Quote zu machen oder so keine Ahnung weil das auf dem absteigenden Ast das war mal früher besser und ich weiß es nicht damit haben sie sich definitiv nichts jutet angetan ich habe auch ich werde auch die Links zu dem Original Video auf ZDF werde ich euch in die Videobeschreibung packen und dann habe ich hier noch die werde ich auch nochmal runterpacken ihr könnt auch echt googeln hier einfach das habe ich gegoogelt so wie sie im Interview heißt das steht auch wenn ihr die ZDF Seite sucht Frontal 21 kommt ihr auf so eine ZDF Seite und da habt ihr diesen Ausschnitt den ich mit euch jetzt gerade geguckt habe und eine PDF Datei da steht der Name so drin da habe ich den rauskopiert und das ist die nun mal und die ist WHO und nicht Krebs aber okay ihr kriegt mich schon wieder auf und dann habe ich hier noch von der Stiftung Warentest harmloser als Rauchen Fragezeichen das ist die hatten schon mal so einen Bericht gemacht der war halt nicht so toll da war auch diese komische Schmidt Schmidt wie heißt die Pötschgelanger die komische die komische Pötschgelanger war damit beteiligt und da wurde auch total verteufelt und diese da wird wirklich positiv negativ beim Rauchen und bei der E-Zigarette erwähnt sehr fachlich nicht so an den Haaren herbeigezogen wie das was wir eben geguckt haben also der ist wirklich wenn er wirklich was lesen wollt der ist schon etwas fachlicher als das was ihr gerade da gesehen habt weil das ist ja Luch und Truch da werden wieder Halbwahrheiten als Wahrheiten verkauft und mit hochtrabenden Worten wird es hintenrum vermittelt dass das böse ist und so es ist ja auch bald wieder Wahlen und so da müssen sie ja natürlich die normalen also die Nicht-Dampfer drauf einschwören dass Dampfen so schlimm ist wie Rauchen dass wenn die Regierung dann 2016 Gesetz beschlossen hat dass Dampfen mit dem Rauchen gleichgestellt wird dass man halt nicht mal im Restaurant oder irgendwo rauchen kann dampfen kann Entschuldigung dass dann alle sagen können super unsere Regierung macht was für uns super Erste Daniel ist in meinen Augen unverständlich also da hat Frontal 21 sich wirklich ganz schön Bock geschossen also ist für mich Luch und Druck was die da sagen und ist ne gut ich mich hier noch weiter aufrege und so möchte ich das Video hier erstmal beenden wenn es euch gefallen hat lasst doch einen Daumen oben da ihr könnt auch in die Kommentarbox unten ordentlich eure Kommentare posten was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht Jugendliche kennt die vom Dampfen zum Rauchen gekommen sind und um gekehrt vielleicht ja dass so ein bisschen Meinungsaustausch hier so mal ein bisschen entsteht ich würde mich dann erstmal verabschieden Ahoi sagt euer Odin